Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge Faktorie Hiskyria mit mir, eurem Illyria und mit HiskyLP. Hallo, ich bin der Neue hier. Ich wurde angestellt, ich ist ein Praktikum unbezahlt und ich bin dafür bezahlt worden zu sagen, dass Illyria echt großartig ist. Ich habe gerade noch die Kurve bekommen, guter Junge. Hi. So, ich habe meinen Praktikant wieder gefeuert, der ist gerade zur Tür raus heulend. Ich wollte gerade sagen, da rede ich, das ist der kleine Nils oder was? Irgendwie warst du so geklungen wie der kleine Nils. Ja, ich weiß, wie du meinst. Wenn ihr nach oben links guckt, bitte nicht nach oben links gucken, da seht ihr, dass die Spielzeit ein bisschen vorangeschritten ist. Die Zeit haben wir genutzt, um zu craften, zu craften, zu craften und, äh, habe ich schon craften gesagt? Ja, und zu craften. Und wie ihr sehen könnt, die Forschung sieht auch ziemlich gut aus, mit 96%. Sobald die Forschung durch ist, werde ich auch wieder mal einige Umbauarbeiten vornehmen, weil wir haben noch eine Mod hinzugenommen, liebe Zuschauer. Und zwar könnt ihr hier oben links sehen, der sogenannte Factory Planner. Ich habe auch schon einige Sachen da eingetragen, womit ich anschließend die Fabrik umbauen werde, weil wie ihr sehen könnt, wir wollen hier eine gewisse Anzahl von Eisenplatten haben, nämlich 200 Stück an der Anzahl. Und wir brauchen dafür einige Sachen. Und da haben wir einen Erzbrecher 1, der natürlich elektrisch läuft und wir haben ihn freigeschaltet. Geht doch. Wunderbar. Äh, jetzt müssen wir die Scheiße. Oh. Ähm, ich würde ungern deinen Enthusiasmus unterbrechen. Ne, ich unterbreche ihn echt gerne. Ich weiß. Dass, ähm, Umbauen und so teilweise, ja, ist in Ordnung. Allerdings, wenn wir jetzt noch drei weitere Sachen erforschen, dann, zwar die Chemikalienverarbeitung 1, die Stahlverarbeitung und dann die Metallurgie. Dann kommen wir zur vierten Forschung, und zwar das Fortgeschrittene, Fortgeschrittene Verhütung von, äh, und Gießen von Eisen, Nickel, Kupfer, Blei, Zinn und Silizium. Wobei, nur Kupfer und Eisen, das sehr wichtig ist, Zinn und Blei danach und dann, keine Ahnung, Silizium und dann irgendwie Nickel erst viel später. Genau. Aber, da wir jetzt auch nur was Neues freigeschaltet haben, gehe ich jetzt als erstes in den Factory Planner rein und ändere mal das Rezept, um das auch die neuen Maschinen mit integriert sind. Stimmt. Ich öffne den auch mal kurz bei mir. Und zwar, wenn man jetzt hier oben rechts auf Preferences geht und dann ein bisschen runterscrollt. Erstmal lösche ich das hier alles wieder. Äh, wo ist denn der überhaupt? So, und zwar Eisenplatten. Achso, hier, der Erz-Erzbrecher hier. Ist eine neue Mod. Kann die, wie der Lyria das mit seiner wunderschönen Professorstimme gesagt hat. Guckt, guckt auf seinen Kanal, da müsstet ihr auch, also sein Video, da müsstet ihr sehen, wie er es erklärt hat. Das ist vollkommen auch noch. Richtig. Aber hier gibt einige Sachen einzustellen. Und die sind schon eingestellt. Vielleicht ist es doch nicht so eingestellt. Ist schon alles eingestellt. Äh. Ja, ich glaube, hätte ich doch nicht löschen brauchen, das war doch noch richtig. Ja, es ist noch nicht. Wir haben noch nicht das Erweiterrezept. Äh, ich kann aber schon mal die Sachen dafür einstellen. Warte mal, ich hätte das doch wegschieben können. Genau, dann kommt das Eisenerz. Erst dann kommt das Eisenerz ran. Äh, und zwar nicht dadurch, sondern durch die Ressourcenraffination. Und zwar die Sortierung von zerkleiderten Saffirid. Nicht von Saffirid-Klumpen, nicht von Saffirid-Kristallen. Und auch nicht vom gereinigten Saffirid. Sondern nur von Saffirid. Äh, Saffirid. Nur Saffirid. Das ist was Grünes halt eben. Ach, sollte man vielleicht Heid-Research... Äh, ist egal. Also ich komme mir gerade auch nicht so wirklich damit zurecht. Und dann kommt das... Gibt es das 400? So, dann... Du müsstest theoretisch sogar Eisenplatten und Kupfer zusammen machen in einer Überproduktion. Ich mache das mal ganz kurz. Ja, wir machen jetzt mal eine Art Tutorial-Folge. Wir schauen jetzt mal zu, was Hiski so baut. Ach, König-Kopfer, äh, Kopfer. Ne, ich mache das ja schon für die, äh, eine etwas modernere Variante. Und zwar auch auf 200. Mach mal hier auf dem freien Platz, mach mal hier so eine Art Testaufbau. Äh, wir haben die Maschine dafür noch nicht. Das ist das Problem. Äh, wir können auch z.B. diese Erzsortieranlage bauen. Oh Gott, ja, die... Hast du das vergessen? Ich habe die noch... Hallo, wir haben die jetzt gerade erst mal erforscht. Ja? Und die... Na, die braucht... Ich kann genau eine herstellen, wow. Ich kann fünf herstellen. Ja, na. Soll ich dir nur eine bauen? Ich baue schon, aber die... Brauche ein bisschen zu bauen. 24 Baublöcke 1, 12 Elektronikblöcke 0, 8 Mechanikblöcke 1 und einmal ein Produktionsblock 1. Ich baue mal so ein Teil. Oh Gott. Jetzt könnt ihr das sehen hier. Elektronikblock 0, Eisenrost, Träger, Baurahmen, Mechanischer Block, Motorgehäuse, Motorblock... Alter, was ist denn das? Das und das. Das. Und zwar... Genau. Genau. Hier ist die... Byproducts. Byproducts. Richtig. Nee, nee. Das muss weg. Oh. So, meine Sortieranlage ist hier im Moment fertig. So, ist fertig. Ah, da kommt 200... Da kommt 200... Da kommt jetzt noch eins zu. Das ist unvorteilhaft. Wenn ich das jetzt hier nochmal dazu mache. Dafür geht's... Nee, ich bin jetzt nicht von... Achso, ich muss das hier von... Alter, ist das Ding groß. Ja, das ist nicht gerade winzig. Sortierung von zerkleinertem Saffirid. Was, die muss auf 50... 50%? Nee. Viermal zerkleinertes Saffirid ergibt zwei Eisen... Was zum Teufel? Kann man hier... Da kommt noch Kupfer raus. Ja. Oh, ich komme mir gerade mit dem wieder nicht klar. Ja, das ist... Ja. Drei-Produkt. Schlacke. Kommt her. Eisenerz und Kupfererz. Schlacke kann man zu zerkleinerten Steinen verarbeiten... Und zerkleinerten Steinen zu normalen Steinen. Normale Steine können wir dann zur... Landauffüllung benutzen. Was wir irgendwann benutzen werden, um... Von dieser Insel mal... Zu entkommen. Also vier Saffirid kommen da rein und wir kriegen zwei Eisenerz raus. Und ein Kupfererz. Ja. Das heißt, du kannst 50% der Kupferproduktion damit verwenden, ne? Was ich jetzt nicht ganz verstehe ist, weil in der Rezeptliste ist jetzt nicht angegeben worden, dass man aus dem direkten Erz... Dafür brauchen wir nämlich die Schmelzen. Du musst das nicht... Äh, darfst... Äh, bei... Äh... Bei dem Rezept... Für... Bei den Eisenplatten... Nicht das aus Saffirid nehmen... Äh, oder Steratid, sondern das mit dem geschmolzenen Eisen. Nur da frage ich mich hier gerade ernsthaft... Warum ist das Rezept jetzt... Also, warum ist die Assortieranlage freigeschaltet, wenn wir das Ding überhaupt auch gar nicht benutzen können? Also, weil wir es nicht wirklich effizient benutzen können. Weil das mit dazukommt. Keine Ahnung. Oh Gott, diese 50.000 Euro wird da immer wieder. Ein Hogger-Stall. Buddelnde Hogger fühlen sich hier zu Hause, okay? Warte mal. Man hätte es vielleicht auch erst, äh, freischalten können, wenn es, äh... Mit der Metallurgie... Das wäre vielleicht infektiver gewesen. Äh... Aber wie gesagt, zur Mythologie kommen wir ja jetzt erst und das... Naja... Das dauert noch etwas. Moment, das Rezept ist verfügbar. Vier mal Eisenerz ergeben drei Eisenplatten. Das wird mir als verfügbar angezeigt. Und was brauchst du... Warte, warte mal. Haben wir irgendwas übersehen? Was für eine Maschine brauchst du dafür? Normalen Ofen. Wird dir da... Um aus den Eisenerzplatten herzustellen. Wir müssen irgendwas gekonnt übersehen haben. Zwei Eisenplatten. Das ist das Falsche. Man kann... Man kann... Man kann keine... Man kann Eisenplatten nur aus... Beben. Saffirit bekommen. Aus geschmolzenen Eisen. Oder aus Eisenblechrolle. Aber nicht aus Eisenerz. Direkt. Das ist nie möglich. Ja, aber laut F in die I soll das möglich sein. F in die I... Das ist das Problem, dass die vielleicht mit... Man guckt mal an... Eisenplatten. Eisenplatten, Eisenplatten. Müssten wir hier drin sein, ne? Ja, Stellung. Eisenerz. Ah, Eisen aus Eisen... Ja, von Stapel. Also bevor er das vorgibt... Da, da. Drei Eisenplatten aus vier Eisenerz. Aus Eisenkiesel, okay. Eisennugget und... Tatsächlich aus Eisen. Aber es funktioniert... Wir kriegen die nicht in den Ofen rein. Ich glaube, das ist aus... Das haben sie aus Vanille... Ne? Das Vanillerezept ist zwar noch drin. Ja, Basis. Das ist es hier. Das ist kein Vanillerezept. Doch, Basismod. Angels Industrien. Angels Verhüttung. Das ist aus Angels Verhüttung. Ja, aber wenn du bei den anderen mal guckst... Iski, Iski. Die Vanilleverhüttung. Ist ein Eisenerz zu einer Eisenplatte. Echt? Aber das ist vier Eisenerz zu drei Eisenplatten. Okay, dann wurde das Rezept wahrscheinlich auch noch verändert. Schon seltsam. Ja, hm. Keine Ahnung. FNRA darfst du einfach nicht vertrauen in der Hinsicht dann. Das ist jetzt... Das ist jetzt ein Rezept, wenn du oben links auf das Symbol hältst. Da wird angegeben... Ja, ich hab's schon gesehen. Angels Verhüttung. Mit dazu dann als nächstes, ja. Wie gesagt. Müssen wir nicht geben. Äh, wir haben übrigens doch noch eine Mod drin. Und zwar, äh, ne Stacks heißt, dass die... Alle Stacks um drei multipliziert werden. Müssen wohl schon mal angesagt werden. Angels Verhüttung. Ich verstehe das hier gerade nicht. Warte, wie groß sind die Dinger? 6x6 oder 7x7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7x7. Die sind noch um eins größer... ...als Neigenfarmen, ne? Also, ich will das jetzt... Ich will das jetzt wissen. Nee, man kann die nicht drehen. Nein, nein, das nicht. Was wird zu wissen? Ob man hier Eisenerz rein... Dann sollte es auch passen, dass wir die... Guck mal, wir haben hier Kupfer. Hier. So, jetzt haben wir euch Saphirit. Kupfererz kann nicht verhütet werden. Ach, du willst vorgucken, wie die Maschine funktioniert? Ich möchte... Ich... Ich mach das hier gerade echt Kolonne. Äh... Hier, guck. Komm her. Das war schon. Mehr hatte ich jetzt nicht. So. Das verarbeitet das sehr schnell. Ja, es mag sein. Aber was willst du jetzt damit machen? Ich blicke über diesen komischen Rezept nicht durch. Man kann das nicht verhütten. Ich hab's doch gerade ausprobiert. Ja, aber... Wieso wird das angegeben? Und... Was für einen Sinn macht die Erz-Totier-Anlage? Die ist ja... Die ist ja zu... Jetzt noch nicht... Jetzt gibt's... Ergibt's noch keinen Sinn. Erst wenn wir die Metallurgie dann freigeschaltet haben, dann ergibt sie Sinn. Dann brauchen wir die auch. Dann ist die ein absolutes Muss. Ja, aber dann sollte die Maschine doch erst dann freischalten. Das hab ich doch gesagt, dass es irgendwie schlauer wäre, wenn sie bei Metallurgie erst freigeschaltet wird. Aber wird sie nicht. Ja, aber wieso wird die auch hier als Rezept angegeben? Das verstehe ich nicht. Wo als Rezept frei angegeben? Bei FNI. Gut, okay. Eisenplatte ist hier grau. Ja, frag mich nicht. Ich weiß es nicht. Einfach ansichten, dass es da ist und ignorieren, dass es da ist. Einfach ignorieren. Wie die Welt da draußen. Einfach die Welt ignorieren. Jetzt wird die im Stein los. Warum haben wir keinen so wenig... Jetzt hat kein Stein nur noch. Weiß ich nicht. Äh. Ich weiß nur, dass die Angels-Mods, die verwirrt mich. Hier sind drei Maschinen mittlerweile alle. Okay. Die ist nicht logisch, die Mod. Jetzt nur von der Reihenfolge her ist das ein bisschen... Ja. Aber ich glaube, das ist, äh... Das ist deswegen so. Weil es gibt doch die, ähm... Gott, wie hieß das nochmal? Die mechanische Raffination. Äh, in den höheren Stufen. Und damit er halt eben nicht immer nur bei Mythologie die Sachen freifiziert, ist, äh, in den höheren Mechanischen Raffinationen, die es irgendwie nicht gibt. Warte, wann, wann kommt man... Eine fortgeschrittene mechanische Raffination, da kommt auch nichts Brauchbares daraus. Aber es kommt die... Was, wo ist denn dann die... Müsst auch wieder bei Blau sein, ne? Ich weiß nur, dass die Maschine, die wir da jetzt gebaut haben, die es absolut use ist. Also absolut unbrauchbar. Zu dem Zeitpunkt jetzt gerade, ja. Zu diesem aktuellen Zeitpunkt absolut unbrauchbar. Ja. Braucht keiner. Ist in Ordnung. Aber die brauchen wir demnächst. Dauert nicht mal allzu lange. Bis dann die Forschung hier mal durch ist. Äh, Shift-T... Kann man hier... Ähm... Oh Gott, wie ist... Stahl, genau. Gut. Dann wird das Ding abgerissen. Na, Lust dir. Die Sortieranlage braucht keiner. Aber wir folgen es damit. Weg damit. Sinnlos. Warum hast du es jetzt entcraftet? Weil es sinnlos ist, weil sie keinen Schwein braucht. Jetzt gerade immer noch, ja! Nein, weiß ich, weiß ich. Aktuell nicht. Aber deswegen musst du es doch nicht entcraften. Natürlich entcrafte ich sie. Die Materialien kann ich nützlich ja brauchen. Was soll ich mit einer Maschine, die keinen Sinn hat? Die jetzt noch keinen Sinn hat. Sag das bitte so. Nein, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Ähm... Hast... Nein, du sollst das nicht... Nein, 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 nein. Abbrechen. Nicht das erforschen. Du, ich war doch schon fast durch die Forschung. Macht doch auch keinen Sinn, die abzubrechen. Äh... Doch. Die Materialien. Äh... Wo ging das halt nochmal hin? Wo müssen da hin? Das hier. Es sollte doch... Stahlverarbeitung. Äh? Stahlverarbeitung sollte als nächstes erforscht werden. Danach. Ah. Unreset Queue. Ja, so... So macht man das. Genau. Und dann findet Techbit auch erstmal raus. So, dann kommt Stahl. Genau, das ist in der Liste dann drin. Danach die Metallurgie. Metallurgie. Stufe 1. Zack. Hast du jetzt auch noch... Hast du jetzt auch noch diese nutzlose Maschinen in der Tasche? Ja, ja. Ich werde die auch nicht dann craften. Warum nicht? Das ist doch Material, was wir brauchen. Also, ich wüsste jetzt nicht, wofür ich derzeit Baublöcke 1, Elektronikblock 0, Mechanikblock 1 brauche. Ja. Außerdem habe ich eine einzige. Ja. Ich habe auch nur eine gebaut. Und jetzt die wieder herzustellen? Okay, es werden 0,5 Sekunden, die um die herzustellen alleine. Also, ich habe jedenfalls Folgendes geplant, liebe Zuschauer. Und zwar, die Eisenverarbeitung wird erneut verschoben. In der nächsten Folge wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich in der nächsten Folge. Aber ich habe hier eine Markierung gesetzt. Könnt ihr auf der Karte sehen gerade. Und, ja. Was soll ich dazu noch sagen? Wir werden richtig schön nebeneinander die ganze Anlage hinsetzen. Die Steine hier, der darf jetzt gehen doch gleich wegkloppen, weil er hatte Langeweile. Ich versuche gerade, wie man die... ...Störungen alt links legt. Ach so, macht man Ping. Ah. Ach, Markierung... Das wusstest du nicht? Ne, ich wusste es gerade nicht, wie ich habe auch so... Ich habe versucht, irgendwelche Tasten zu drücken, aber auch so sind deine Markierung entfernt. Aber, ne, ist ja nicht wild. So. Steuerung alt reicht aus. Wisst ihr, wo ein Vollidiot ist? Ja, das stimmt. Guck mal. Guck mal. Da ist der. Da ist der Vollidiot. Seht ihr? Da. Da könnt ihr es sehen. Wir sind das Vollidioten im Doppelpack. Wir sind Vollidioten im Doppelpack. Ah. Schön. Ja, das alles hier muss abgerissen werden und dann nach oben versetzt werden und... Oh Gott. Richtig. Ah, einen Herzbrecher können wir auch schon mal herstellen. Das ist mal long. Ich habe schon welche gebaut. Aber das ist, wie gesagt, etwas, liebe Zuschauer, was wir in der nächsten Folge machen. Ich würde sagen, wir machen diese Folge ein bisschen frühzeitiger. Ach, in zwei Minuten. Wir haben auch die Forschung abgeschlossen, wie ihr sehen könnt. Und ich habe ein Level. Oh lol, ich auch. Herstellungsgeschwindigkeit bitte, danke. Ich habe zwei Punkte? Okay, ich habe zwei Punkte gehabt, warum auch immer. Ich habe wahrscheinlich Level 5 dann komplett vergessen. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe jetzt 60% schnellere Herstellungsgeschwindigkeit. Das ist angenehm. Gut. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt trotzdem Feierabend. Jetzt war ein bisschen frühzeitiger als sonst. Aber in dieser Folge können wir einfach nichts mehr reißen. Das war eine Experimentierfolge. Und, ja. Ja. Absolut, liebe Zuschauer. In dieser Folge verabschieden müssen wir euch. Wir hoffen, ihr habt noch Spaß. Trotzdem, genauso wie wir. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin. Ciao, Leute. Und falls euch der Part gefallen hat, lasst uns einen Like da. Schaut auch bei Illyria vorbei. Oder bei mir, Hiski. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Cheerio. Tschüss. 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 Tschüss.